Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Excel Tutorial Schrägstrich Power Query Das wollen wir jetzt heute nämlich weitermachen Und zwar es geht um folgenden Sachverhalt Das ist ein bisschen ein Anknüpfungsvideo an das letzte Video von Power Query, das ich gemacht habe Weil da hatten wir ja drei Dateien Ich erinnere gerne nochmal daran, das war Games 1, 2 und 3 Und was wir getan haben ist, wir haben alle diese Dateien zusammengefügt Allerdings war es damals so, dass im Sachverhalt die Tabellen in letztendlich der gleichen Excel Datei In drei unterschiedlichen Tabellenblättern vorhanden waren Und wir wollten eben die kombinieren, also merchen Das heißt zu einer großen Tabelle zusammenfügen Jetzt ist der Sachverhalt so, dass wir hier wieder eben Games 1, Games 2, Games 3 hatten Was drei Tabellen sind, die gleich aufgebaut sind Aber wir würden die ganz gerne jetzt eben aus verschiedenen Excel Dateien In eine Tabelle in einer anderen Excel Datei zusammenfügen Also ich kann das nochmal schnell öffnen Ich markiere die alle mal drei und öffne die mal Und dann können wir uns mal anschauen, wie die aussehen Die kennt ihr auch schon, also ich habe hier meine Games Ich habe hier beispielsweise diese hier, Hitman, Witcher und Rome Total War 2 Ich habe hier ein zweites, das ist Super Mario, Smash Bros, Uncharted, WoW, Minecraft Und ich habe hier nochmal eine dritte Struktur von Games Wo ich eben auch wieder Games und Jahr habe Also auch hier wieder drei verschiedene Spiele Und entsprechend dann eben die Jahresnummer, wann das Spiel erschienen ist Auch das bitte, wie gesagt, nicht auf die Goldwaage legen Ich weiß nämlich nicht genau, ob die Zahlen hier so stimmen So, was wir auch sehen können Hier ist also meine Excel Datei und das ist eine komplett neue Excel Datei Also Mappe 1, Excel, die ist komplett leer So und in dieser Datei wollen wir jetzt eben unsere drei Spiele-Tabellen in einer großen Tabelle zusammenfassen Das ist der Sachverhalt Und das geht natürlich nicht nur mit Computerspielen Das geht auch mit Videospielen zum Beispiel War nur ein Scherz Das geht natürlich auch mit Listen von verschiedenen Umsätzen, die ihr habt Oder also wenn ihr zum Beispiel für jeden Monat Beispiel, ja ich weiß, ihr habt zwölf verschiedene Monatslisten Und die enthalten immer euren Vertriebler und den Umsatz Oder irgendwas anderes Also Tabellen, die gleich aufgebaut sind Dann könnt ihr das natürlich auch hier verwenden Also es ist nicht notwendigerweise auf mein Spielebeispiel hier begrenzt So, wie funktioniert das Ganze? Also nochmal, wir öffnen das hier Also ich mach's mal groß, so und wir haben also eine komplett leere Excel Datei Und wir haben ja innerhalb der Excel Datei die Möglichkeit über Daten Daten abrufen zu klicken Ja, also früher hieß das mal, war das mal ein eigener Reiter Power Query hieß das, aber Excel hat das zumindest in der 2016er Version dann hier entsprechend auch Beziehungsweise in der 2019er Version da auch entsprechend hier integriert Ja, also solltet ihr Excel 2013 verwenden Müsstet ihr das entsprechend als weiteres Tab sehen Wenn ihr entsprechend Power Query aktiviert So, also Daten, ich gehe auf Daten, ich gehe auf Daten abrufen Und in dem Fall sage ich eben nicht aus einer speziellen Datei Sondern ich sage aus einem Ordner Ja, weil in dem Fall, ich klicke mal auf Ordner Möchten wir ja, wie wir schon gesehen haben Aus unserem Excel, also aus diesem Ordner, diesem Ordner Pfad hier Alle drei Dateien Also wir wollen komplett alle Dateien innerhalb dieses Ordners haben So, ihr müsst also den Ordner Pfad eingeben Den könnt ihr entweder über Durchsuchen auswählen Oder eben, ich kopiere den jetzt einfach mal hier rein Weil es eben genau dieser Pfad ist So, ich klicke mal auf OK So, und warte Bis Excel letztendlich hier das Interface aufmacht Da ist es auch schon Und ich sehe jetzt hier entsprechend meinen Content Ich sehe den Namen Ihr seht auch schon Games 1, 2 und 3 Ich sehe die Dateiendung Also was für ein Dateityp ist es denn Und ich sehe auch noch weitere Informationen hier So, was wir jetzt tun wollen ist Und hier mache ich es mal auf die alte Weise So wie ich das kenne Das wird nämlich auch, mit der Zeit wird es immer besser Was Microsoft da integriert hat Aber ich mache es jetzt mal so Ich gehe mal auf, nicht auf Laden Sondern ich gehe mal auf Bearbeiten Weil ich möchte nämlich in den Power Query Editor rein So, ich klicke mal auf Bearbeiten Und warte mal kurz So, das Fenster öffnet sich Und jetzt sehe ich hier entsprechend meine Dateien Und kann entsprechend noch zusätzliche Transformationsschritte vornehmen So, was wir aber möchten ist Wir möchten ja die Tabellen nicht verändern Wir möchten wirklich nur die Tabellen extrahieren Und letztendlich eine große Tabelle daraus erzeugen So, das heißt wir können zunächst mal folgendes machen Ich könnte zunächst mal alle Spalten, die ich hier schon sehe Die ihr auch vorher in der Voransicht schon gesehen habt Die ihr nicht braucht Die könnt ihr hier direkt entfernen Das heißt, das werde ich auch tun Ich gehe einfach mal auf Extensions Und gehe dann bis auf Folder Path Also auf den File Pfad Ähm, Datei Pfad So im Deutschen Und gehe direkt mal mit dem Rechtsklick drauf Und sage eben, dass ich diese Spalten entfernen möchte Weil die brauche ich nicht mehr Was mich interessiert ist zunächst mal Vielleicht der Name Also woher Was ist denn die Quelle quasi Dieses Inhalts Und der Content selber Weil wenn ihr mal nicht auf Binary selber Sondern daneben klickt Dann seht ihr Was das letztendlich beinhaltet Und das entsprechend die Games1 xlsx Und hier Games2 xlsx Und so weiter Also sind letztendlich die Excel-Dateien Diese Binary-Dateien So, was wir jetzt tun wollen ist Wir wollen hier raus Die Excel-Datei selber extrahieren Beziehungsweise den Inhalt dann daraus Das können wir Indem wir beispielsweise Ist nicht der einzige Schritt Einzige Möglichkeit Aber es ist halt eine Möglichkeit Die ich immer verwende Wenn dann genau auf Spalte hinzufügen Und dann könnt ihr sagen Was für eine Spalte ihr haben möchtet Und in dem Fall sage ich mal Ich hätte gerne eine benutzt definierte Spalte Das erlaubt mir nämlich Eigene Excel-Funktion Beziehungsweise Programmcode hier zu schreiben Und der Spalten Name Benutzdefiniert ist jetzt okay für mich Also ich muss das jetzt gar nicht benennen Was ich machen möchte ist Ich würde gerne meinen Content Also die Excel-Datei aus dem Content extrahieren Und Content ist eben diese Spalte hier Diese erste Spalte Also was ich schreiben kann ist Die sogenannte Excel-Dot-Workbook Workbook Das ist nämlich die Funktion In M Also M ist die Sprache von Power Query So und was ich jetzt hier machen muss Eben ich beziehe mich auf meine Spalte Also ihr könnt entweder die Spalte selbst reinschreiben Oder einfach einen Doppelklick da drauf machen Oder eben einen Klick da und dann einfügen Wichtig ist das Wenn ihr es selbst schreibt Müsst ihr es in eckige Klammern setzen Also ein Doppelklick Funktioniert jetzt direkt so Eckige Klammern hier Wie ihr sehen könnt Und dann muss ich natürlich das Ganze noch schließen Also die zweite Klammer Die Funktion weil ich gebe ja der Funktion Entsprechend diesen Wert Beziehungsweise diese Spalte mit Das heißt einfach nur Ich möchte die Funktion ausführen Und zwar für jeden Wert in meiner Contentspalte Also für jede Zeile So ihr seht auch Es wurden keine Syntaxfehler erkannt So weit so gut Und ich klicke mal auf OK Und warte mal Und sehe jetzt hier eine Tabelle Ich sehe eine Tabelle Und auch hier Wenn ich daneben klicke Dann sehe ich Was in dieser Tabelle enthalten ist Und zwar In dem Fall Die Tabelle In dem Fall Der Name Ich sehe hier Tabelle 1 Und GameTBL Wenn ihr euch erinnert Das ist ja letztendlich Die formatierte Tabelle Die wir hatten Richtig Der Name der Tabelle Ich sehe hier auch Was für ein Datentyp es ist Table in dem Fall Ein Beispiel Und ich sehe Das Item Kind und Hidden Und so weiter Das ist jetzt genau das Was ich möchte Das heißt Was ich jetzt tun kann Ist ich könnte jetzt sagen Ich gehe mal auf diese Pfeile hier Und könnte dann sagen In dem Fall Ursprünglich Spalten Als Präfix finden Möchte ich nicht Das könnt ihr mal Wegklicken Und ihr könntet mehr laden Muss aber in dem Fall nicht sein Ist ja nur eine kleine Liste Ich klicke mal auf OK Und jetzt seht ihr Letztendlich haben wir die Tabellen Eben extra hier daraus Das heißt Wenn ihr jetzt zum Beispiel Einfach mal neben Nicht auf die Tabelle selber Sondern neben die Tabelle klickt Unter der Spalte Data Dann seht ihr jetzt hier Entsprechend die Column Also das ist die Spalte Und ihr seht entsprechend Die Datenwerte Und was wir nicht möllen Ist letztendlich Tabelle 1 Tabelle 1 Blatt 1 Was wir haben wollen Ist ja GameTBL 1 GameTBL GameTBL 3 Weil wir entsprechend Das auch so benannt haben Also ihr seht auch hier zum Beispiel Tabelle 1 beinhaltet die Tabelle Allerdings sind die Spaltenüberschriften In dem Fall quasi in der ersten Zeile Wenn ich mal auf die Tabelle Auf die formatierte Tabelle Mit dem Namen klicke daneben Dann seht ihr das hier Entsprechend Games Und ja Also hoffentlich könnt ihr ja sehen Ist ein bisschen klein Aber ihr seht hier entsprechend Dass diese Namen Schon wirklich auch korrekt Formatiert sind Also hier greifen wir wirklich Aus dem Tabellenblatt Der jeweiligen Excel Datei Nur diese entsprechend Formatierte Tabelle ab Okay Und das wollen wir ja Das heißt was ihr tun könnt Oder was wir hier tun können Ist zum einen mal Wir könnten auch das hier Schon mal Also beziehungsweise Wir könnten erst mal Wir könnten euch erst filtern Die Reihenfolge ist jetzt Tatsächlich egal Aber ich könnte einfach mal sagen Ich gehe jetzt mal auf Name 1 Zum Beispiel Und sage Was ich behalten möchte Ist nur Die GameTBL Also die Spieletabellen In dem Fall Meine drei Spieletabellen Ich klicke mal auf OK Und behalte jetzt eben Nur die drei Die anderen wurden rausgefiltert Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen Auch zusätzlich Ich mache jetzt wieder Also ich klicke mal wieder Auf diesen Pfeil Und extrahiere jetzt eben Aus dieser Tabelle Beziehungsweise Die volle Ansicht Ja Klicke mal auf OK auch Und sehe jetzt hier entsprechend Dass ich letztendlich Diese Werte Das heißt Die Spiele hier Rausextrahiert habe Und jetzt sage ich einfach mal Ich möchte ja meine Spieleliste haben Das heißt ich gehe mal Markiere mal alles andere Was ich nicht brauche Gebe mal auf Spalten entfernen Sehe ich auch hier mal Bis zum Content Und den Namen auch So Bitte die Ha Steuungsliste gedrückt halten Und gebe mal auf Spalten entfernen Und sehe jetzt hier meine Spieleliste Ja Also von Hitman 2 Bis Minecraft Alle Spiele enthalten Habe jetzt hier auch die Möglichkeit Das Ganze zu formatieren Weil ihr seht ABC123 Heißt aktuell Dass PowerQuality Das nicht von sich aus Schon formatiert hat Ich könnte jetzt sagen Naja das ist ja Text Also entsprechend könnte ich Das noch als Text formatieren Dann stehe ich hier entsprechend ABC Ist jetzt nicht notwendig Aber normalerweise Sollte man schon immer formatieren Und das ist es jetzt eigentlich auch schon Weil jetzt könnte ich auf Start gehen Und könnte dann sagen Einfach schließen und laden Ja weil ich habe ja meine Transformationsschritte In PowerQ fertig Habe alles durchgeführt Und könnte jetzt sagen Schließen und laden Ich klicke mal auf Schließen und laden Und warte kurz Bis eben die Dateien geladen werden Und ich sehe jetzt hier entsprechend Wenn ich es mal größer mache All meine Spiele Das heißt aus letztendlich Meinen drei verschiedenen Excel-Dateien Ja also Nochmal die Ausgangssituation war Wir hatten hier drei verschiedene Excel-Dateien Die hatten jeweils eine Tabelle Wir haben aus diesen drei Excel-Dateien Können auch tausend Excel-Dateien sein Aber in dem Fall hatten wir halt drei Haben wir dann die Tabellen Raus extrahiert mit PowerQuality Und haben entsprechend hier Eine Spieleliste erzeugt In einer komplett neuen Excel-Datei Wo wir jetzt sauber Eine Übersicht haben Über alle Spiele Letztendlich die in den Ganzen Excel-Dateien In diesem Ordner Quasi vorhanden sind Okay Das war es für das Video Zu PowerQuality Ich hoffe es hat euch gefallen Ich hoffe ihr könnt damit Vielleicht auch was anfangen Und wie immer Vielen Dank fürs Zuschauen Wie immer Ich muss darauf hinweisen Tut mir leid Solltet ihr es noch nicht getan haben Solltet ihr den groben Fehler gemacht haben Es noch nicht getan haben Und meinen Channel noch nicht abonniert haben Dann klickt jetzt ganz ganz schnell Auf den Abonnieren-Button Damit ihr auch in Zukunft Kein tolles Video mehr verpasst Ansonsten wünsche ich euch noch Einen wunderschönen Sonntag Genießt ihn Erholt euch gut Und ja Eine schöne neue Woche Bis zum nächsten Mal Macht's gut